Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. Weiter geht's mit dem, äh, ja, nennen wir es mal Seemann-Wettkampf. Ah, und dazu müssen wir erstmal vier von den Fischis hier erledigen. So. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein, weil die halt stufentechnisch auch deutlich unter uns sind. So, Nummer 1. Äh, komm, lass mich hin, da. Nummer 15, ja, nehmen wir den als nächstes. Bin ich im Wasser eigentlich langsamer? Ich glaube, das nimmt sich gar nichts, ne? Würde ich jetzt fast behaupten. So, nochmal. Ne. Oh, und weg mit dir. Gut, dann einmal auf die andere Seite der Insel. So, ja, mit dem Zeug. Und dann zu dir, du Fisch. Dann versuchst uns nicht! Keine Ahnung, deinen Garten aufzunehmen! Natürlich habe ich den eben nicht getroffen. Oh Mann, Dreck, naja. Geht wohl trotzdem mal schnell reichen, ne? So. Sag. Und Fischi Nummer 4 noch. Hm, hm. So, komm her, ihr Fischi. Nice. So, einmal von hinten stechen. Und erledigt. Schöne Dinge. Ach, gehen wir mal hier rechts lang. So, gehen wir mal hier rechts lang. Ich weiß nicht, ob links eventuell kürzer wäre. Äh, also dass da um die Ecke gleich der nächste Strand ist, aber nein. Hier weiß ich es wenigstens. Hm, 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 hm. So, Ron, Ronjavalat, ne? Ja. Fische haben wir erledigt. Was sagst du dazu? Na hallo, sprechen. Hm? Hm? Ich habe das alles gesehen. Vielleicht sind keine Landlubbers. Du bist lang, Kap'n. Ich bin froh, dass das bedeutet, dass du verlierst. Man sieht, dass du alle Mouth- und keine Trowsers hast, Kap'n. Er... Look at you. You're knackered. Who's taking the handicap now, eh? I must have ate a bad shrimp or something, that be all. Now on to the next one. But don't ye even think about backing out now. Set a course for daedal oil. Who's backing out? We're the ones kicking his arse. Okay, so, wo müssen wir jetzt hin? Äh, haben wir da vielleicht auch schon? Ne, da habe ich noch keine Schnellreise. Okay. Das heißt, da müssen wir einmal mit dem Bötchen hin. Na gut. Dann ist dem halt so... Komm, lass mich an Bord. So. Äh... Da lang. Juuuut. Äh, aber die Insel ist das nicht, oder? Ah, doch. Wahrscheinlich. Sieht so aus. Na dann. So, alle aussteigen. Juuu, was haben wir denn hier? Ist das wieder Ronja? Ne, Lukawu. This is our first time here, isn't it? Ruine von Säule 1. Ist denn Säule 1? Ah. Ahoy. Willkommen zum nächsten Wettbewerb. Männer der See, fette Beute. Findet mir hochwertige Beute und ich bewerte sie. Oh. Na, ich will die kostbarste Beute auf dieser Insel. Also wenn du Beute sagst... Na, wir wissen nicht, was du meinst. Oder was es auf dieser Insel überhaupt gibt. Na, wir müssen nur noch was Konkreterem schicken. Blablabla. Beute ist Beute. Wenn ihr gute Beute nicht erkennt, wenn ihr sie seht, seid ihr schon raus. Juuu, okay. Hier, Gruppenrunde. Okay. Äh, wo kann ich denn... Wo ist denn hier sowas wie ein Lagerfeuer? Ahem. Hm. Hier scheint kein zu sein, das ist belastend. Moment. Kann ich hier... Ah, ne, hier... Oh, hier... Ah, hier gibt's Zeug zum Sammeln. Oh, nice. Alter, Stufe 73. Okay. Übertreibt halt. Jetzt mal gucken, konnte ich... Doch, am Bord des Schiffes kann ich auch... Ich nenne es mal Kriegsrad halten, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre... Äh, so, rückwärts, ne. Hier, ZL und runter in die Kajüte. Jo, wir sprechen. So, hier, das Beute-Ding. Ich bin nicht sicher, was das für Beute sein soll. Ist das sowas wie ein Schatz? Möglich. Vielleicht etwas Glänzendes? Das finden Leute wertvoll, oder? Oh, stimmt. Diese Theorie klingt plausibel. Etwas Wertvolles. Vielleicht etwas, das älter ist als wir. Hunderte von Jahren älter. Wie jetzt? Meinst du etwa ein paar olle Steine sind wertvoller als wir? Hier. Hm. Schatzmus, Schmacko, bla bla, so sagen, auf lecker das Gesicht glatt schmilzt. Weiß nicht recht. Essen ist Geschmackssache. Jeder mag was anderes. Hm. Er hat ewig zu überlegen, was stimmt. Warum sammeln wir nicht einfach alles, was irgendwie in Frage kommt? Immer wieder gut. So einfach kann es sein. Find ich super. Okay. Was haben wir hier? Da ist ein Nebel. Da fehlt noch eine. Die Zukunft von Colony Mew. Okay. Äh, kann ich Stufen steigen? Mal gucken. Ja. Zwei gleich. Nice. Find ich gut. Und dann können wir auch gleich nochmal was essen, was uns mehr EP gibt. Erhöhte EP 30%. Erhöhte EP nicht auch 40% irgendwo? Ne. Das hier war es. Okay. Zutaten habe ich alle, dann los. Hm. Yum, yum. Legge. Wo war ich? In Colony Mew in der Kantine? Shit. Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. So. Aussteigen. Und Zeug sammeln. Ach du Scheiße. Okay. Ah. Das wird ja lustig. Ich hoffe, diese riesigen Käfer lassen mich wenigstens in Ruhe. Däh, 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 däh. Wenn die mich angreifen, wäre ganz schön kacke, ey. Gigagranatapfel 26 gerade mal. Oh, Mann. Nein! Also schlecht. Nee, lass mich Lass mich Lass mich Ja, na Oh, what? Okay Alter, übertreib halt Äh, Einschlag und Tod Ja, nee, ist klar Finde ich supi sowas Das hätte ich auch gerne, Einschlag und Tod Wenn sechs Level Unterschied sind Ja, aber selbst bei 20 Leveln Brauche ich mehr als einen Schlag Großer Käfer Ich glaube, hier bin ich falsch Nee, geh weg Lass mich Okay Wahrscheinlich falsche Seite der Insel Mal gucken, ob ich da unten hochkomme Oder hier vielleicht Nee Hm Wie komme ich hier die Klippe hoch? Äh, ja, nee Gucken, hier rechts gibt es ja einen Weg Schauen wir mal, ob wir da langkommen Hm, hm, hm Das ist halt so So, was ist hier am Strand noch? Eine Himmelsmuschel, na supi So, hier müssen wir lang Okay Na, den Moment, war hier gerade noch was? Ach nee War am Strand da unten Gut Hm, 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 hm So, hallo, ihr halben Giraffen So, ja, da mit Mhm, hm, 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 hm Gibt es hier irgendwo noch welche von diesen Granatapfeln? Das wäre voll supi, ey Da Ich habe gerade mal die Hälfte, ey Hier, da, jawohl Sehr schön Du vielleicht auch? Nee, wa? Nee Ich brauch nur noch welche Hallo, Riesengiraffe Dorio, Kamil Okay, vielleicht kann man sich den mal angucken In die Richtung müssen wir ja zumindest Oh, da ist eine Hülle Und ein Container Wobei, wenn ich das hier so sehe Ne, ist doch ein bisschen weiter Aber Moment, von da nach da Könnte ich runterrutschen Dann würde ich da wahrscheinlich hinkommen So, und der letzte Schatz Sagst du? Hedro-Fossil Okay, sprich mit Lukawu Na denn Und dann gehe ich da erst lang Oh, Moment Das hier ist auch Ein Schnellreisepunkt Dann hole ich mir den erst mal Na, buddelst du was aus Oder was ist? Dann nicht Dann leck mich So, lass mich in Ruhe Oder war ich hier schon? Hm, das wäre möglich Kleinen Schnellreisepunkt habe ich ja schon So, Moment Dann Zack So Geht schneller als laufen Und dann gucken wir mal Ob da was Richtiges bei ist Bei der Bei der Beute Die wir gesammelt haben Schnell Auf der anderen Seite Was habe ich auch erwartet? Also dann Macht hin Zeigt, was ihr gebracht habt Moment einmal Was ich wollte Ist Beute Von höchster Güte Wie man die Sache Auch dreht Und wendet Es gibt nur eine Wertvollste Beute Nicht etwa zwei Oder gar drei Also sucht eine aus Und gebt sie mir Äh Puh Hm Also das Fossil Glaube ich nicht Also entweder würde ich sagen Der Bernstein Oder Die Kokosnuss Weil sie was zu futtern ist Ähm Boah Ich bin irgendwie bei der Kokosnuss Die Frage ist Stimmt das? Das werden wir jetzt hinterher wissen Shit Hm Na komm Die Kokosnuss So Mal gucken was draus wird Die Kokosnuss Hold it there Me hearties Ah Captain You're a little late Booty you ask for And booty You shall receive Hey hey We were first Get in line Settle down Settle down We're not concerned With who came first In this one You can both go At the same time Fine by me Bring it on This is our Booty What? Haha Can't believe You both brought The same thing Believe it This yum yum coconut Blast off taste buds And most effaced With its deliciousness Is greatest treasure See this girl Knows what she's Talking about It's tasty It's huge So Both sides Brought the same thing What happens now? Looks like We have a draw I can't give Either of you The point If you bring The same thing You best be looking Carefully now Lukavu Surely you can see Mine be way bigger Than his A coconut Is a coconut I'm not gonna play Favorites Just cause you're The captain Captain Ah just Stow it Fine On to the next one We'll settle things On Cape Arcaphor Mark my words I'm not sure I can keep up With that energy of his It is a bit much Okay Schwein gehabt Doch fürs richtige entschieden So Da müssen wir hin Okay Habe ich da einen Schnellreisepunkt Jo Habe ich Nice Kinder So Äh Moment Halt Da Kio Gucken wir mal Was haben wir hier Ahoi Kumpan Ich habe euch schon erwartet Übrigens Habt ihr Sauru gesehen Oh Nein Nö Wer ist das Verflucht Ich wusste es würde wieder das Übliche passieren Er hat sich verlaufen Typisch Sauru Der findet den Weg nicht Und wenn man ihn ihm auf die Stirn tätowiert Wahrscheinlich hat ihn ein Monster gefressen Okay Sauru hätte eigentlich den nächsten Teil übernommen Aber wenn er weg ist Muss ich wohl die nächste Aufgabe erklären Das erste Team Das ein bestimmtes Monster Aufspüren und besiegen kann Gewinnt Mhm Okay Wir suchen große Fußstapfen Und folgen mir Welches Monster denn überhaupt Äh Hä Okay Okay Welches Monster denn Der hat gar nicht gesagt Was für ein Vieh Ah Zwei verschiedene Spuren Oh nein Mhm Was weiß denn ich Alter Oh Geh mal hier mit Mhm Mhm Na toll Das gibt gedulds So Lass mich hinruhe Du Mistvieh Kommt ihr bitte Alle mal hier drauf So Ah Nö Moment Ost Alter Hau ab Du Kröte Meiner Ernst So Komme ich jetzt hoch Ganz langsam So ist brav Ich flogen Hm Hm So Männer der See Monsterspuren Oh Hallöchen Okay Du also Na dann Hm Hm Tschüss Äh Hör Hör Och Ja Tschüss Äh Hör Wenn du Schöpfe Komme ich ja Jungs ich 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 Schöpfe Schöpfe Und los. Zack, Attacke. Guck mal, ich muss mal. Aber! Na los, gleich haben wir das Vieh. So. Keine Ahnung, ob es der richtige ist. Und wir zählen. Okay. Äh, flup. Da. Nein, da habe ich keinen, wieso habe ich da keinen Stellreisepunkt? Oh, verdammt mich. Aha, aber Moment dann. Reisen wir wenigstens nach hier. Und dann von hier mit dem Boot weiter. So, geht schneller. So. Und ab dafür. Ich bin ja mal gespannt, ob das wirklich so ein, also ob das wirklich ein netter Möbius ist. Oder ob wir hier mehr oder weniger wieder mal verarscht werden. Schauen wir mal. So. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erfahren wir, wer den Wettbewerb gewonnen hat. Dann. Dann. Ich bin ja gleich dejar war. Dann.